Und zwar habe ich zwei AFC-Games. Am Samstag in der Nacht um 2.15 Uhr werde ich das erste AFC-Game kommentieren, wenn ich mich richtig erinnere, ist das Jacksonville gegen die LA Chargers. Und am Sonntagnacht bin ich dann auch nochmal quasi dran, auch mit dem Nachtspiel wieder um 2.15 Uhr und werde Baltimore gegen Cincinnati kommentieren. Die Woche da drauf darf ich dann auch nochmal wieder ran und weil es so schön ist, dann wieder nachts um 2.15 Uhr am Samstag. Da habe ich es dann ein bisschen besser und dann kann ich dann Sonntag ausschlafen und zurückfliegen und schaue mir dann das nächste Spiel auch zu Hause an.